Das wird jetzt hier montiert. Spülen nicht vergessen. Herzlich willkommen bei White Gorilla. Es geht um Special 5. Das war Special 4. Das weltbeste Dachfenster im besten Versteck. Ein bisschen die Luft zirkulieren lassen, damit sich hier keine Schimmelpilzkulturen bilden. Aber heute? Heute geht es darum, um das weltbeste Standy. Da gab es einige Vorbereitungen, die zeige ich dir jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Die guten Beobachter von euch haben schon diesen Schlauch entdeckt. Das ist mein weltbestes Standy. Ja, da gibt es jetzt noch zwei, drei Dinge zu machen. Ich mache mich da mal ran. Und dann muss ich mal pickeln. Auch ein Hippie muss mal pipi. Ja, jetzt habe ich hier mal so eine Haltung. Und das so hin machen und dann so. Ja. Dann wird das wieder hier aufgelegt. Der Spülknopf ist hier unten. Der ist ein bisschen verdeckt. Und natürlich, damit ich das beste Standy auf Himmel finde. Das darf nicht fehlen. Das wird jetzt hier montiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor allem die Herren. Hier seht ihr das weltbeste Standy. Und da muss Vi-Gorilla nicht sitzen. Hier geht nur bitte im Stehen pinkeln. Spül nicht vergessen. Und sie wird dir bestens. Das war das weltbeste Standy. Danke für deinen Daumen hoch und tschüss. Euer Vi-Gorilla.